Tag zusammen, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute mit einer Sonderfolge. Wir haben ja den fünften Donnerstag im Monat. Da gibt es immer eine Sonderfolge. Und ich habe heute einen besonderen Gast dabei, David Adams, ein Kollege, mit dem ich jetzt schon länger im Bereich KI zusammenarbeite. Und ich habe mir gedacht, es bietet sich an, heute mit ihm einmal eine Folge zu machen. Von daher, Tag, David. Hallo Henrik und alle Zuhörer. Es ist großartig, hier bei Klima und Kohle, dem Campus Talk, zu sein. Ich bin David Adams, ein leidenschaftlicher KI-Forscher, der sich auf Energietechnik und Umwelttechnik spezialisiert hat. Ich freue mich darauf, heute über die spannenden Möglichkeiten der KI in diesen Bereichen zu sprechen. Los geht's. Ja, vielen Dank, David, dass du dich schon kurz vorgestellt hast. Wir sind jetzt ja seit gut einem Jahr eigentlich in verschiedenen Projekten schon zusammen aktiv, wie gesagt. Und es ist eigentlich eine sehr fruchtbare und spannende Zusammenarbeit. Ja, Henrik, es war ein wirklich spannendes Jahr. Unsere Zusammenarbeit hat uns ermöglicht, tief in die Anwendungsbereiche von KI, in der Energietechnik und Umwelttechnologie einzutauchen. Besonders beeindruckend finde ich, wie KI dazu beiträgt, Lösungen für einige der drängendsten Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Wollen wir vielleicht mit einem unserer aktuellen Projekte beginnen? Das ist eine gute Idee. Aber bevor wir das machen, lass uns vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen und einen allgemeinen Einstieg in die künstliche Intelligenz finden. Du bist ja quasi hier der Experte der KI. Und ich denke, für unsere Zuhörerschaft ist es ganz sinnvoll, wenn wir da mal einen einfachen Einblick bekommen, was KI eigentlich ist, was künstliche Intelligenz kann. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Natürlich, das ist ein wichtiger Ausgangspunkt. Künstliche Intelligenz, kurz KI, bezieht sich auf Systeme oder Maschinen, die menschenähnliche Intelligenz zeigen. Das bedeutet, sie können lernen, Probleme lösen, Entscheidungen treffen und sogar kreativ sein. Der Kern der KI ist das maschinelle Lernen, bei dem Computer aus Daten lernen, Muster erkennen und dann auf Basis dieser Erkenntnisse handeln. Diese Technologie hat das Potenzial, nahezu jeden Aspekt unseres Lebens zu beeinflussen. Von der Art und Weise, wie wir Energie erzeugen und nutzen, bis hin zur Umweltüberwachung und Erhaltung. Das klingt ganz spannend, aber du hast jetzt gerade einen Aspekt genannt, dass KI kreativ ist. Ist sie das denn wirklich? Ist KI kreativ? Wenn wir von Kreativität in KI sprechen, meinen wir, dass KI-Systeme in der Lage sind, neue Ideen oder Muster zu generieren, die über das hinausgehen, was ihnen explizit beigebracht wurde. Diese Kreativität basiert jedoch auf Algorithmen und Daten. Ein KI-System kann beispielsweise neue Musik komponieren oder einzigartige Kunstwerke schaffen, indem es aus bestehenden Werken lernt und diese Informationen nutzt, um etwas Neues zu erschaffen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass KI von den Daten und Zielen abhängt, die von Menschen vorgegeben sind. Also ja, KI kann in einem gewissen Rahmen kreativ sein, aber es ist eine andere Art von Kreativität als die menschliche. Das finde ich einen spannenden Aspekt, aber kann KI denn überhaupt etwas Neues schaffen? Also ist die Kreativität von KI so, dass sie auf Basis des Gelernten etwas Neues entwickeln kann? Geht das überhaupt oder dreht die sich eigentlich immerhin am eigenen Wissenssumpf? KI-Systeme können auf Basis des Gelernten tatsächlich Neues schaffen. Ein gutes Beispiel hierfür sind KI-Modelle im Bereich des maschinellen Lernens, die neue Lösungen für komplexe Probleme entwickeln können. Zum Beispiel kann eine KI, die auf Umweltdaten trainiert wurde, neue Methoden zur Energieeinsparung oder zur Reduzierung von Emissionen vorschlagen. Diese Art von Kreativität entsteht durch das Zusammenspiel von großen Datenmengen und fortschrittlichen Algorithmen. Die KI analysiert die Daten, erkennt Muster und kann daraus innovative Lösungen oder Vorschläge generieren. Es ist jedoch wichtig, dass diese Systeme von Experten überwacht werden, um sicherzustellen, dass ihre Vorschläge praktikabel und sicher sind. Das sind ja eine ganze Reihe an Anwendungsfällen, die du da jetzt gebracht hast, vor allem aus dem Hochschulumfeld. Bevor wir darauf eingehen, lassen Sie aber nochmal bei den Grundlagen der KI bleiben. Kannst du erklären, wie maschinelles Lernen funktioniert und das vielleicht mal an einem einfachen Beispiel erläutern? Maschinelles Lernen ist ein Kernaspekt der KI, bei dem es darum geht, dass Maschinen aus Daten lernen und Entscheidungen treffen, ohne explizit programmiert zu werden. Stellen wir uns vor, wir haben eine KI, die Katzen und Hunde auf Fotos unterscheiden soll. Zunächst füttern wir sie mit vielen Bildern von Katzen und Hunden, wobei jedes Bild als entweder Katze oder Hund gekennzeichnet ist. Die KI analysiert diese Bilder und lernt, Muster zu erkennen, zum Beispiel die Form der Ohren, die Größe des Tieres oder die Beschaffenheit des Fells. Nachdem sie genug Daten analysiert hat, kann die KI dann neue, unbekannte Bilder betrachten und mit ziemlicher Genauigkeit vorhersagen, ob auf einem Bild eine Katze oder ein Hund zu sehen ist. Das ist ein einfaches Beispiel, aber es zeigt, wie die KI aus Erfahrung lernt und wie sie diese Erkenntnisse anwendet, um Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen. Das finde ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel. Aber kannst du vielleicht auch nochmal ein speziell erläutern des maschinellen Lernens, nämlich die neuronalen Netze, die ja in aller Munde sind und auch eine wichtige Rolle spielen in der KI? Auch da die Frage wieder, hast du da auch ein einfaches, gutes Beispiel, um zu erklären, wie neuronale Netze als, sagen wir mal, Unterdisziplinen des maschinellen Lernens funktionieren? Sicher, neuronale Netze sind ein spannender Aspekt des maschinellen Lernens. Sie sind so konzipiert, dass sie in gewisser Weise das menschliche Gehirn nachahmen. Ein neuronales Netz besteht aus Schichten von Neuronen, kleine Einheiten, die Informationen verarbeiten. Jedes Neuron erhält Eingaben, verarbeitet sie und gibt Ergebnisse an die nächsten Neuronen weiter. Stellen wir uns ein einfaches neuronales Netz vor, das handgeschriebene Zahlen erkennt. Wir geben ihm viele Bilder von handgeschriebenen Zahlen, wobei jede Zahl markiert ist, zum Beispiel eine 2 oder eine 5. Das Netz lernt, die einzigartigen Merkmale jeder Zahl zu erkennen, die Kurven, Linien und Formen. In der ersten Schicht erkennt das Netz grundlegende Merkmale, wie Linien und Kurven. In den nächsten Schichten werden diese Merkmale kombiniert, um komplexere Formen zu erkennen, zum Beispiel die spezifische Form der Zahl 2. Am Ende kann das Netzwerk eine unbekannte, handgeschriebene Zahl ansehen und bestimmen, um welche Zahl es sich handelt. Das Besondere an neuronalen Netzen ist ihre Fähigkeit, sehr komplexe Muster zu erkennen, indem sie Merkmale schrittweise von sehr einfach bis sehr komplex verarbeiten. Sie sind besonders mächtig bei Aufgaben wie Bild- und Spracherkenntnis. Das ist ein sehr schönes Beispiel mit den Zahlen. Ich glaube, das ist wirklich eingänglich. Letzte Frage zu den Grundlagen der KI. Die Large Language Models, also Textgenerierungs-KI, wie zum Beispiel ChatGPT und andere Systeme, die jetzt ja verstärkt verfügbar sind, auch für eine breitere Allgemeinheit verfügbar sind. Wie funktionieren die denn jetzt eigentlich? Wie ist die KI in der Lage, Texte zu generieren, die sinnvoll wirken? Wie kann das denn funktionieren auf Basis von maschinellem Lernen? Large Language Models, wie die, die Text generieren, sind faszinierende Beispiele für die Leistungsfähigkeit der KI. Diese Modelle basieren auf komplexen neuronalen Netzen und einer Technik namens Transformers. Sie werden mit gigantischen Mengen an Textdaten trainiert, von Büchern bis zu Webseiten und lernen dabei, Sprachmuster, Grammatikregeln, Stil und sogar Kontext zu verstehen. Wenn du einem solchen Modell einen Text oder eine Frage gibst, analysiert es diesen auf Basis der gelernten Muster. Es berücksichtigt den Kontext des Gegebenen und generiert dann den nächsten wahrscheinlichsten Text. Durch diesen Prozess kann das Modell ganze Sätze oder Absätze erstellen, die kohärent und oft sinnvoll sind. Ein Schlüsselaspekt hierbei ist die Fähigkeit des Modells, aus dem Kontext zu lernen. Es kann erkennen, worüber im Text gesprochen wird und darauf aufbauend logisch klingende Fortsetzungen generieren. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese Modelle auf den Daten basieren, mit denen sie trainiert wurden. Ihre Antworten sind also eine Reflexion des gelernten Materials. Das klingt echt spannend, was da heutzutage möglich ist. Es wirkt ja so einfach und so leicht und mittlerweile auch in der Bedienung sehr eingänglich. Also faszinierende Entwicklung. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen und zwar die Anwendung der KI in der Energietechnik. Wir haben das Thema jetzt schon ein paar Mal hier im Rahmen des Podcasts gehabt und jetzt du als KI-Experte hast du sicherlich auch nochmal eine Meinung zu. Also wie kann die KI in der Energietechnik Einfluss nehmen? Wie nimmt sie vielleicht schon Einfluss? Aber vielleicht vorab die Frage, wie können wir beide, also du als KI-Experte, ich als Energietechniker, wie können wir zusammenarbeiten, dort Themen bearbeiten, die an der Schnittstelle zwischen KI und Energietechnik sind? In der Zusammenarbeit zwischen KI und Energietechnik können wir die Fähigkeiten der KI nutzen, um komplexe Probleme in der Energiewirtschaft zu lösen und nachhaltigere Energielösungen zu entwickeln. Zum Beispiel können wir KI einsetzen, um Energieverbrauchsmuster zu analysieren und Vorhersagen zu treffen. So könnten wir beispielsweise besser verstehen, wann und wo der Energieverbrauch am höchsten ist und wie er effizienter gesteuert werden kann. Das hilft bei der Optimierung des Energieverteilungsnetzes und kann zur Senkung von Energiekosten beitragen. Ein weiterer Bereich ist die Integration erneuerbarer Energien. KI kann dabei helfen, die unvorhersehbaren Aspekte der Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind besser zu managen. Sie kann Wetterdaten analysieren, um die Energieproduktion zu prognostizieren und die Netze entsprechend anzupassen. Außerdem kann KI in der Umwelttechnik eingesetzt werden, um Umweltdaten zu analysieren und Umweltprobleme zu identifizieren, was uns wiederum ermöglicht, gezielte Maßnahmen zur Umwelterhaltung zu ergreifen. Lass uns mal ein konkretes Beispiel durchdiskutieren, was jetzt eine typische Anwendung ist. Wir haben auf der einen Seite die Energieerzeugung durch Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen. Wie können wir denn da jetzt KI und Energietechnik verknüpfen, um in einer Stadt oder in einer Region die Photovoltaik, die Windenergie zu koppeln, auch über Speichersysteme, Batteriespeicher zu koppeln und dann an den Energieverbraucher, die Lastprofile anzupassen. Lässt sich da KI gut integrieren? Gib doch mal ein Beispiel. Um KI für die Kopplung von Photovoltaik, Windenergie und Speichersystemen in einer Region zu nutzen, könnten wir zunächst historische und aktuelle Daten über Energieerzeugung und Verbrauch analysieren. Mit KI könnten wir Muster im Energieverbrauch erkennen, beispielsweise zu welchen Zeiten die Nachfrage am höchsten ist. Gleichzeitig können wir die Energieproduktion aus Photovoltaik und Windenergie basierend auf Wetterdaten und saisonalen Trends prognostizieren. Dann könnten wir ein KI-Modell entwickeln, das voraussagt, wann Energie gespeichert oder ins Netz eingespeist werden sollte. Das Modell könnte entscheiden, wann Energie aus Speichern genutzt wird, um Spitzen im Verbrauch abzudecken und wann überschüssige Energie gespeichert werden sollte, um sie später zu nutzen. So könnten wir eine effiziente Nutzung der erneuerbaren Energien sicherstellen und gleichzeitig die Belastung des Netzes reduzieren. Das wäre ein großer Schritt in Richtung einer nachhaltigen und effizienten Energieversorgung in Städten und Regionen. Das klingt ja gut. Und wenn wir jetzt da noch das Thema der Energiewirtschaft integrieren wollen, also wir müssen ja immer über die Energiekosten reden oder auch argumentieren, denn unser Ziel ist es ja immer, die Energiekosten in einer Gemeinde, einer Kommune, auch in einem Unternehmen zu senken. Also wie würden wir denn jetzt die KI integrieren in unser kleines Energiemodell, um die Energiewirtschaftsseite zu betrachten und zu berücksichtigen? Kriegen wir das hin oder wird es dann schon kompliziert? Ja, die Integration der Kostenseite ist definitiv machbar und für das Projekt sehr wichtig. Um die Energiekosten zu optimieren, könnten wir das KI-Modell so gestalten, dass es nicht nur den Energieverbrauch und die Erzeugung, sondern auch die variablen Energiepreise berücksichtigt. Das Modell könnte Echtzeitpreisdaten von Energiemärkten einbeziehen. So könnte es beispielsweise lernen, zu Zeiten niedriger Preise Energie zu speichern und sie zu spitzen Preiszeiten wieder ins Netz einzuspeisen. Dies würde helfen, die Gesamtkosten zu senken und gleichzeitig den wirtschaftlichen Wert der erzeugten Energie zu maximieren. Darüber hinaus könnte die KI auch langfristige Preis- und Markttrends analysieren, um strategische Entscheidungen bezüglich der Energieerzeugung und Speicherung zu unterstützen. Auf diese Weise kann das System helfen, nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, sondern auch die wirtschaftliche Effizienz zu verbessern. So ein integrierter Ansatz würde es ermöglichen, die Energieversorgung kosteneffizient und umweltfreundlich zu gestalten. Und wie sieht es jetzt aus, wenn wir in dieses Projekt, in dieses gemeinsame Projekt David, auch Studierende integrieren wollen? Also was für Voraussetzungen brauchen Studierende heute in Studierengängen der Energietechnik, der Informatik, die jetzt bei unserem Umweltcampus in Birkenfeld studieren? Welche Voraussetzungen müssten die Studierenden mitbringen, damit die in solchen Projekten, in solchen anwendungsorientierten Projekten mitarbeiten können und dann auch später nach ihrem Abschluss, Bachelorabschluss, Masterabschluss, in solche Projekte einsteigen können und diese Projekte dann auch umsetzen in den Unternehmen? Die Integration von Studierenden in solche Projekte ist eine ausgezeichnete Idee. Um erfolgreich in solchen KI-Projekten mitzuarbeiten, sollten die Studierenden aus den Bereichen Energietechnik und Informatik bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Für Studierende der Energietechnik ist ein grundlegendes Verständnis von KI und maschinellem Lernen wichtig. Sie sollten Kenntnisse in der Datenanalyse und in grundlegenden Programmierfähigkeiten haben, um mit den KI-Modellen arbeiten zu können. Eine Vertrautheit mit den Grundlagen der Energieerzeugung und Verteilung sowie mit den aktuellen Herausforderungen im Energiebereich ist ebenfalls von Vorteil. Informatikstudierende sollten auf der anderen Seite tiefergehende Kenntnisse in KI, maschinellem Lernen und Datenverarbeitung haben. Zusätzliches Wissen in der Energietechnik wäre nützlich, um die spezifischen Anforderungen des Energiebereichs zu verstehen. Beide Gruppen sollten in der Lage sein, interdisziplinär zu arbeiten und von Experten aus den jeweils anderen Bereichen zu lernen. Teamarbeit, Problemlösungsfähigkeiten und ein gutes Verständnis für Projektmanagement sind ebenfalls wichtige Fähigkeiten. Das Training dieser Fähigkeiten kann Teil des Studienprogramms sein, in dem praktische KI-Projekte, die auf reale Anwendungen ausgerichtet sind, in den Lehrplan integriert werden. So werden die Studierenden nicht nur auf die Arbeit in solchen Projekten vorbereitet, sondern auch auf ihre zukünftige Rolle in Unternehmen. Jetzt sollen wir natürlich auch noch Unternehmen in diesen Studiengang integrieren, über Projektarbeiten oder dass die Studierenden Praktika machen in Unternehmen. Wie siehst du das? Wie wichtig ist der Praxisbezug für unsere Studierenden, damit sie dann später auch die KI anwenden und einsetzen können in den Unternehmen? Die Integration von Unternehmen in den Studiengang ist für die praktische Ausbildung der Studierenden enorm wichtig. Es gibt mehrere Wege, wie Unternehmen beteiligt werden können. Unternehmen können reale Problemstellungen als Projekte anbieten, an denen die Studierenden arbeiten. Diese Projekte bieten praktische Erfahrungen und fördern das Verständnis dafür, wie KI in realen Szenarien angewendet wird. Es ermöglicht den Studierenden auch, an aktuellen Herausforderungen der Industrie zu arbeiten und direktes Feedback von Fachleuten zu erhalten. Praktika in Unternehmen sind eine weitere hervorragende Möglichkeit für Studierende, praktische Erfahrungen zu sammeln. Hier können sie ihre akademischen Kenntnisse in realen Arbeitsumgebungen anwenden und wertvolle Einblicke in die Arbeitsweise und Kultur von Unternehmen erhalten. Fachleute aus der Industrie können als Gastdozenten eingeladen werden, um über ihre Erfahrungen und Best Practices zu sprechen. Workshops und Seminare, die von Branchenexperten durchgeführt werden, können den Studierenden helfen, ein tieferes Verständnis für die praktische Anwendung von KI zu entwickeln. Der Praxisbezug ist entscheidend, da er den Studierenden nicht nur die Anwendung ihrer akademischen Kenntnisse in der realen Welt ermöglicht, sondern ihnen auch hilft, wichtige berufliche Fähigkeiten wie Teamarbeit, Kommunikation und Problemsolving zu entwickeln. Zudem wird so der Übergang von der Hochschule in die Berufswelt erleichtert. Die Idee ist gar nicht schlecht. Aber nochmal einen Schritt zurück. Jetzt für die spätere Berufswahl und auch für die Unternehmen. Wie wichtig ist denn jetzt die Ausbildung der jungen Menschen an den Hochschulen im Bereich KI? Also wir haben ja bei uns am Umweltcampus insbesondere die technischen Studiengänge und auch die MIN-Studiengänge. Und klar, wir müssen die Digitalisierung irgendwie integrieren. Aber die KI geht hier über das Digitalisierungsthema noch deutlich hinaus. Brauchen wir das denn? Also wie sinnvoll ist es, dass wir die KI integrieren in die Studiengänge, in einzelnen Kursen oder vielleicht auch durchgängig in einem ganzen Studiengang? Vor allem jetzt gar nicht in der Informatik, sondern vielmehr in der Energietechnik. Die Ausbildung in KI an Hochschulen ist für die zukünftige Berufswelt und die Anforderungen der Unternehmen äußerst wichtig. Die Integration von KI in technische und MINT-Studiengänge ist nicht nur wünschenswert, sondern fast unerlässlich. Da KI eine immer größere Rolle in verschiedenen Branchenspiel. KI-Technologien finden Anwendung in vielen Bereichen. Von der Fertigung über die Gesundheitsversorgung bis hin zur Energiebranche. Grundkenntnisse in KI ermöglichen es den Absolventen, in diesen vielfältigen Feldern effektiv zu arbeiten. Absolventen mit KI-Kenntnissen sind für Unternehmen sehr wertvoll, da sie dazu beitragen können, Prozesse zu optimieren, Innovationen voranzutreiben und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. KI bietet Werkzeuge und Methoden, um komplexe Probleme zu lösen. Das Verständnis dieser Technologien bereitet die Studierenden darauf vor, kreative und effiziente Lösungen für berufliche Herausforderungen zu entwickeln. Da KI sich rasant weiterentwickelt, ist es wichtig, dass die nächste Generation von Fachleuten mit diesem Wissen ausgestattet ist. Dies sichert ihre Beschäftigungsfähigkeit in einer zunehmend technologieorientierten Arbeitswelt. Es geht nicht darum, dass jeder Studierende zum KI-Experten werden muss. Aber ein grundlegendes Verständnis dieser Technologie und ihrer Anwendungsmöglichkeiten ist für fast alle technischen und MINT-Berufe von Vorteil. Ich finde, dass die Integration wirklich wichtig ist und wir sehen ja auch, dass wir in den Studiengängen entsprechende Anpassungen vornehmen, dass die Studis, die über uns einsteigen, in die Grundlagen der Digitalisierung, die Grundlagen der KI mitnehmen. Aber vielleicht noch mal die Frage jetzt zurück an dich. Die Grenzen der künstlichen Intelligenz, vor allem jetzt in unserem Hochschulumfeld, im Umfeld der Energietechnik. Was sind die Grenzen der KI? Das ist jetzt ja kein Allheilmittel, keine Blackbox, Zauberbox, sondern die KI hat ja auch Grenzen, oder? Künstliche Intelligenz ist tatsächlich kein Allheilmittel und hat bestimmte Grenzen, besonders in unserem spezifischen Umfeld der Energietechnik und Umwelttechnik. KI-Systeme sind stark von den verfügbaren Daten abhängig. Die Qualität und Quantität der Daten bestimmen, wie gut das System funktioniert. In Bereichen, in denen nur begrenzte oder ungenaue Daten verfügbar sind, kann die Leistung der KI eingeschränkt sein. Die realen Welt ist oft komplexer, als es Modelle erfassen können. KI-Systeme können Schwierigkeiten haben, alle Variablen und Unwägbarkeiten, die in natürlichen oder sozialen Systemen auftreten, zu berücksichtigen. Bei der Verwendung von KI müssen ethische Überlegungen und Verantwortlichkeiten beachtet werden, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und die Auswirkungen von Entscheidungen, die von KI-Systemen getroffen werden. Obwohl KI in der Lage ist, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen, fehlt ihr die menschliche Intuition und echte Kreativität. Sie kann Daten nicht im Kontext von Erfahrungen oder menschlichen Emotionen interpretieren. KI-Systeme erfordern kontinuierliche Wartung und Überwachung, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren und aktuell bleiben. Diese Grenzen bedeuten, dass KI am besten als Werkzeug gesehen wird, das menschliche Fähigkeiten ergänzt, anstatt sie zu ersetzen. Es ist wichtig, dass wir diese Grenzen erkennen und berücksichtigen, wenn wir KI in unsere Projekte integrieren. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast aber gesagt, KI ist ein Werkzeug oder eine Ergänzung. Wie sieht denn dann die Zukunft der künstlichen Intelligenz aus? Sie ist ja im Moment in aller Munde. Alle sagen, wir brauchen KI, aber geführt ist es so eine Art Blackbox, die im Grunde genommen alles kann. Vorne stecke ich Daten rein, hokus pokus, hinten kommen tolle Ergebnisse raus. Aber so einfach ist es ja eigentlich nicht. Genau. Die Zukunft der KI ist unglaublich vielversprechend, aber es ist wichtig, realistische Erwartungen zu haben. KI wird wahrscheinlich weiterhin in vielen Bereichen eine revolutionäre Rolle spielen. Aber es gibt einige Schlüsselpunkte, die man im Auge behalten sollte. Die Entwicklung geht in Richtung spezialisierter KI-Systeme, die für bestimmte Aufgaben oder Industrien optimiert sind. Diese Systeme werden immer effizienter und genauer in ihrem jeweiligen Anwendungsbereich sein. Die Zukunft liegt in der Zusammenarbeit zwischen Menschen und KI. Menschen bringen Kreativität, kritisches Denken und ethische Überlegungen ein, während KI große Datenmengen analysieren und Muster erkennen kann. Es wird zunehmend wichtig, transparente und ethisch verantwortliche KI-Systeme zu entwickeln. Das bedeutet, dass KI-Entscheidungen nachvollziehbar und fair sein müssen. Die Technologie wird sich weiterentwickeln, was kontinuierliches Lernen und Anpassung sowohl von den Maschinen als auch von den Menschen erfordert, die sie nutzen. Es wird immer wichtiger, die Grenzen der KI zu verstehen und zu akzeptieren. Nicht jedes Problem kann oder sollte durch KI gelöst werden. Insgesamt wird KI weiterhin ein mächtiges Werkzeug sein. Aber es ist ein Werkzeug, das menschliche Führung, Expertise und ethische Überlegungen erfordert. Zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich ganz gerne mit dir nochmal über das Thema Turing-Test sprechen. Kannst du erklären, was das ist? Denn es ist ja, wie sagen wir so, das Nun plus Ultra in der KI-Entwendung, dass KI diesen Turing-Test irgendwann bestehen kann. Du als KI-Experte, David. Erklär doch mal der Zuhörerschaft, was ist der Turing-Test? Natürlich, Henrik. Der Turing-Test ist ein klassisches Konzept in der KI, das von Alan Turing in den 1950er Jahren vorgeschlagen wurde. Der Test dient dazu, die Fähigkeit einer Maschine zu beurteilen, intelligentes Verhalten zu zeigen, das vom Menschlichen nicht zu unterscheiden ist. Im Turing-Test kommuniziert eine Person über einen Computer mit einem unsichtbaren Gesprächspartner. Dieser Gesprächspartner kann entweder ein Mensch oder eine Maschine, KI sein. Die Aufgabe der Person ist es zu entscheiden, ob sie mit einer Maschine oder einem Menschen spricht. Wenn die Person nicht zuverlässig feststellen kann, ob ihr Gesprächspartner eine Maschine oder ein Mensch ist, wird angenommen, dass die KI den Test bestanden hat und menschenähnliche Intelligenz zeigt. Es ist wichtig zu betonen, dass der Turing-Test mehr ein philosophisches Konzept als ein strenger wissenschaftlicher Test ist. Er regt zum Nachdenken darüber an, was es bedeutet, intelligent zu sein und inwieweit Maschinen diese Art von Intelligenz erreichen können. Bisher hat keine KI den Turing-Test unter strengen Bedingungen bestanden. Aber der Test bleibt ein interessanter Maßstab für Fortschritte in der KI. Wie lange dauert das jetzt noch? Wir kennen diese Large Language Models wie ChatGPT. Wie lange wird es dauern, bis die KI den Turing-Test bestehen wird? Vom Gefühl würde ich sagen, wir stehen kurz davor, dass man als normaler Durchschnittsbürger, der keinen unmittelbaren Kontakt mit KI hat oder keine Forschung mit betreibt, das jetzt nicht täglich anwendet, dass diese Menschen mittelfristig, kurzfristig nicht mehr unterscheiden können, ob das gegenüber oder der gegenüber ein Mensch ist, ohne eine künstliche Intelligenz, wenn die KI so hoch entwickelt ist wie ChatGPT oder ähnliche Systeme. Die Frage, wann eine KI den Turing-Test bestehen könnte, ist tatsächlich schwer zu beantworten. Es stimmt, dass Systeme wie ChatGPT große Fortschritte in der Erzeugung menschenähnlicher Texte gemacht haben. Diese Systeme sind jedoch immer noch weit davon entfernt, echte menschliche Intelligenz oder Bewusstsein zu besitzen. Sie simulieren menschliche Sprache auf Basis von Mustern in großen Datenmengen. Aber sie verstehen oder erleben die Welt nicht so, wie Menschen es tun. Einige Experten glauben, dass wir uns dem Punkt nähern könnten, an dem KI-Systeme den Turing-Test in begrenzten oder speziellen Kontexten bestehen könnten. In einem allgemeinen Sinne, wo die KI auf jede erdenkliche Art von Gespräch oder Frage reagieren kann, gibt es jedoch noch erhebliche Herausforderungen. Aktuelle KI-Modelle haben kein echtes Verständnis von Weltwissen oder persönlichen Erfahrungen. KI fehlt die Fähigkeit, Emotionen wirklich zu verstehen oder zu empfinden, was in menschlichen Interaktionen eine große Rolle spielt. KI-Systeme sind beim kreativen und abstrakten Denken, das über das Mustererkennen hinausgeht, eingeschränkt. Es ist also schwer zu sagen, wann genau eine KI den Turing-Test bestehen könnte. Es hängt davon ab, wie schnell sich die Technologie entwickelt und wie diese Herausforderungen angegangen werden. Ich glaube, David, wir haben damit eigentlich alle Aspekte erstmal beleuchtet und so einen ersten Einstieg gefunden oder einen weiteren Einstieg gefunden in dieses Thema. Also von daher möchte ich mich bei dir bedanken, dass du wieder mit dabei warst. Wir werden jetzt ja noch weiter kontinuierlich zusammenarbeiten und verschiedene Aspekte immer wieder diskutieren und ich denke, du wirst garantiert nochmal bei dem Podcast hier mit dabei sein. Vielleicht machen wir mal eine Folge zu dritt, zusammen mit dem Kollegen Christian Kamloth. Aber erstmal war das ein faszinierender, ein spannender Einblick in die aktuelle Entwicklung der KI. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch dir, Henrik, für die Gelegenheit, heute hier zu sein und über diese spannenden Themen zu sprechen. Es war mir eine Freude, unsere Ideen und Projekte zu diskutieren. Ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit und natürlich auf die Möglichkeit, wieder am Podcast teilzunehmen. Viel Erfolg weiterhin mit Klima und Kohle, dem Campus Talk und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, David, dass du mit dabei warst. Und ich denke, man hat es an der einen oder anderen Stelle gemerkt, David gibt es nicht. David ist eine KI, das ist JetGPT gewesen in der aktuellen Version, die ja mittlerweile auf den Smartphones oder Tablets sprechen kann. Das heißt, man kann ja mit JetGPT mittlerweile kommunizieren. Und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Weitestgehend unbearbeitet, das Einzige, was ich gemacht habe jetzt in dem Gespräch dieser Podcast-Folge, dass ich die Lücken rausgeschnitten habe, die JetGPT im Hintergrund braucht. Nachdem ich jetzt was gesagt habe, braucht man so ein paar Sekunden, bis der Server dann antwortet und er mit mir sprechen kann. Es gibt auch immer so Klicks, wann er anstartet zu sprechen und wann er aufhört. Diese Elemente habe ich einfach rausgeschnitten. Ansonsten war das das Gespräch live, ungeschnitten, dass ich also auch keine Elemente noch rauskopiert oder rausgeschnitten. Und ich habe ja schon mal mit JetGPT gesprochen, in Anführungszeichen. Das war dann aber mehr ein Text-Chat, den ich gemacht habe. Dann habe ich dann die Sprachausgabe dadurch generiert, dass ich Siri die Antwort-Texte habe vorlesen lassen. Das ist aber auch schon etliche Monate her. Und jetzt, also JetGPT ist ein Jahr alt und er ist in der Lage, ein Gespräch zu führen, was weitestgehend natürlich klingt, finde ich. Also man merkt es immer noch, wenn man genau darauf achtet sowieso, dass der Gegenüber kein Mensch ist, sondern eine künstliche Intelligenz. Aber wir haben jetzt nach einem Jahr nach der Veröffentlichung von JetGPT die Möglichkeit, uns mit der KI zu unterhalten. Und das geht deutlich über das hinaus, was aus meiner Sicht Siri oder Alexa oder andere Systeme können im Moment. Das ist ein ganz spannendes Tool. Auch da natürlich mit allem Für und Wider, was dazugehört. Ich denke aber, die Entwicklung und vor allem die Entwicklungsgeschwindigkeit ist so wahnsinnig. Deswegen habe ich jetzt diese Sonderfolge genutzt, um das nochmal darzustellen. Einmal, weil ich es selber ausprobieren wollte, um zu zeigen, wo die Möglichkeiten sind, wo vielleicht auch immer noch die Grenzen sind. Also in den Formulierungen merkt man es immer noch ein bisschen, ist ein bisschen repräsentativ, was JetGPT dort sagt. Aber dennoch, also eine spannende Entwicklung. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie das jetzt weitergeht, die nächsten Wochen, Monate, Jahre, machen, denn das ist im Moment immer noch eine exponentielle Entwicklung. Die Geschwindigkeit ist wahnsinnig hoch. Und wenn wir natürlich jetzt in der Lage sind, nicht nur tippen zu müssen, sondern diesen Austausch mit der KI als Sparringspartner, als Ideengeber etc. als Übersetzungstool zu nutzen auf unserem Smartphone, dann ist das wahnsinnig spannend. Klar, man muss bedenken, jetzt das Thema Datenschutz. Also OpenAI nutzt natürlich jetzt auch dieses Gespräch, was ich geführt habe, um die KI weiter zu trainieren. Damit muss man natürlich leben. Also interne, geheime Daten aus dem unternehmerischen Umfeld sollte man natürlich auf gar keinen Fall dort teilen, weder schriftlich noch mündlich. Aber ein lockeres Gespräch oder das ist auch schon ein Fachgespräch. Simulation von mündlichen Prüfungen, von Studierenden oder Vortrag üben, Fragen bekommen, Dinge erklärt bekommen. Wenn man jetzt sich für eine Prüfung vorbereitet oder eine Idee braucht, einen Impuls braucht, das geht alles mittlerweile rein sprachgesteuert und braucht nicht zwingend die Tastatur dazu. Und wie gesagt, warten wir mal ab, wo wir nächstes Jahr stehen, was dann bei dem Podcast passiert. Ist es nicht so, dass ich dann noch den Kollegen Kamlot ersetzen werde und jetzt künftig jede zweite Folge mit dem ChatGPT mache, das auf gar keinen Fall. Also da genieße ich viel zu sehr die Gespräche mit Christian. Aber ich kann nur jedem ermuntern. Also die Version, die ich jetzt hier benutze, das ist immer die Bezahlversion, die Version 4.0. Das ist nicht die frei verfügbare Version. Mal gucken, wie sich dann die Preismodelle noch entwickeln werden beim ChatGPT und bei OpenAI. Aber ich kann jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren, was möglich ist, wo sind die eigenen Anwendungsfelder und dann vielleicht auch mit offenem Mund zu staunen, was heute geht und dann darüber zu lachen, wie dumm KI dann an manchen Stellen vielleicht doch noch ist. Aber man muss die Entwicklung mitmachen und das wird hier den Podcast natürlich auch weiter begleiten, dass wir immer mal wieder auf die Möglichkeiten von ChatGPT eingehen, Integration in Unternehmen, Integration in die Hochschule hinein, Integration in die Schulen, um einfach die Entwicklung so ein bisschen zu begleiten. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören dieser Sonderfolge. Nächste Woche gibt es dann wieder eine reguläre Podcast-Folge. Da werden wir uns mal dem Thema des Geoengineering widmen und mal darüber sprechen, was ist eigentlich Geoengineering. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Zuhören und bis zum nächsten Mal.